mein gott haben wir viele schweine da unten auf dem wohnen herzlich willkommen zurück zum christian grüßt sich hallo hage in unserem alten minecraft schießt mich tot pixel spiel ich nicht mehr in richtung hier stammt oder was man fehlt schon erst mal 33 ich bestelle auch gleich wieder mehr pilz erkennt mich ja auch nichts macht ja nicht der körper bei uns von ja macht den tod stirbt er doch nicht der explodiert wahrscheinlich jetzt habe ich den eigentlichen ich brauche eine hose und schuhe das läuft so wir haben in der letzten folge erfolgreich mal ein bisschen spannung gehabt in dem spiel kannte ich bis heute noch nicht schon mal spitzhacken mit also waren spitzhacken an der auf jeden fall haben wir hier ordentlich viel dieser ziegel im staat das ist auch gut das ist zwei spitzhacken mit das reicht und ich nehme auf jeden fall mein fettes schwert mit jemandem schwert das ist dann kann ich das auch gleich mal an zwei spitzhacken hätte ich auch anzubieten ja ich muss ja ich musste mir gerade noch einen neuen neue rüstung bauen weil die schon wieder tot war du warst tot die rüstung war am arsch was doch irgendwie ein buch verzaubert in der letzten folge wenn ich gar nicht erinnere das war richtig gut wenn ich mich da recht erinnere feuer 1 glaube ich war auf jeden fall nicht so schlimm ich glaube es war ambos plus 1 feuerbogen ganz genau ganz genau das war das was 1 feuerbogen wie wir essen das mit fünf schwein die hast du mir gegeben aber da können wir auch noch was mitnehmen wer weiß ein paar märchen mit machen bringen was oder was obwohl eigentlich drauf geschossen die fünf fleisch die reichen auf jeden fall ich nehme auf jeden fall auch noch mal wasser mit einem eimer wasserfalls einer von uns anfängt zu brennen ja ich könnte weil was hältst du davon wenn ich das spinnen auge mit nehme auf jeden fall das spinnen auge mit und ein paar spinnfäden die soll das auch mitnehmen die kann man doch bestimmt irgendwie lang kopf schmeißen ja ich muss glaube ich einmal kurz pause auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall auf jeden fall genau so schnell was futtern also ich lasse spinnen auge jetzt hier das machen wir auch keinen sinn kann das mit ihr weiß ob man es braucht man sich doch braucht als reichen das mit ich habe das in der hand wird werfen wir das nicht so ich will das ich habe ich habe und ich habe schießpulver wozu bräuchte das kommen wir gehen das in der hölle schießpulver ist weg ich bin unterwegs die verspannung ich bin unterwegs die verspannung ich bin unterwegs die richtigen ab kommen her schnell bevor der gas kommt muss das total aus das der gar nicht nur ein so ich bin noch orientierungsgenie hier immer so nicht verlaufen und verlaufen das läuft schon das verläuft schon hier sind voll viele von denen von den lohn alter schilder eine stück das auch so ein anderes zwei stück und gas ist ja auch oder was warten wir dich jetzt an oder was ich habe irgendwie bin ich schon vergiftet das ist nicht so gut wo ist denn dieses feuer viel was sie die ganze zeit auf und schießt heute ich habe nur noch einen balken also ein herz das war ja schon wieder ein grandioser anfang und nicht so weit kommt er nicht an also das schießt auf dich da jetzt wenn ich weiter schießt auf sich die große große das ist der glas volle energie eine flamme und das war auch gerade dem ich will hier das ist zurückliegt die aber noch schnell herkommt der ich bin unterwegs bin unterwegs rex das läuft muss nur ein bisschen auf den gas teilt schilder 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 meine ich sehe den typen noch nicht mal einer russ in der arsch das meiste feuer ist und der zombie hier neben uns der schilder einfach oder was ich noch mit einem freundenschwerd war da schön wenn ich wusste die man ja so lange nichts bis man sie angegriffen hast ja das habe ich schon verstanden gilt das sind für alle gegner hier oder was sagen weil dieser schwarze lieber gerade bekämpft haben mich direkt angegriffen oder wollte man noch auf dich alter nicht warum kann ich denn nichts schießen mit blocken kann man das der muss einfach alles klar ist diese behinderte gasseiler überhaupt kein problem aber wenn dieses wieder nicht weg geht dann ist das echt voll geschissen du brauchst erstmal ein bisschen hier vor den dingern ab oder durch nutze die zeit zumindest ein bisschen brauchen wir auch noch damit aus türkischen fernisch kriegen vielleicht haben wir ein bisschen ruhe lassen moment damit sie gleich verschwinden ich weiß nur was meine energie wieder voll ist ich baue hier mal ein bisschen was ab ich dachte man kann ihn doch mit wirklich so ein beschissen gegner ausgedacht überhaupt hier ist aber dazu das wollte ich kein spaß alter ich wollte ja was vernünftiges machen und nicht hier so eine pizze ein bisschen hervorragend immer noch nicht gesehen du musst quasi im richtigen moment zurück schlagen war das im schwert zurückschlagen genau blocken hilft da gar nichts so eine eigene kugel trifft und was geflogen das ist es nicht schon wieder aufgebraucht ich habe noch ein paar karotten mitgebracht das ist so scheiße das macht nicht keinen spaß zu mir leid liebe Leute also ich bin auch ein bisschen schlecht gelaunt hier das geht mir gerade tierisch auch mit dem Enkel das ist echt schwer das zurückzuschießen alter was da los ich steche mich auch in so blöde an ich treffe das aber auch einfach nicht ich habe keine Ahnung was hier passiert scheißegal ich habe jetzt keine Bock mehr ich brauche jetzt hier so ein paar Teile ab dann brauche ich es in einem Turm ist mir scheißegal scheiß auf die Festung er schießt gar nichts zurück er schießt überhaupt nichts zurück ich brauche mal neue energie hier dann brauche ich auch ein bisschen ab wo ist der denn überhaupt kann ich den nicht von jenem irgendwie nein die Fischer sind ziemlich nervig das ist so einer der beschissensten Gegner eigentlich ok na immerhin wenn die auch einfach gar nicht anders schießt hier schon wieder schießt alles kaputt hier wenn die auch einfach gar nicht anders angreifen kann als diesen scheiß zurückzuschießen ja der ist ja auch erstmal richtig Otto Bucke hier am Start ja hat nicht funktioniert ich weiß auch überhaupt nicht jemanden Alter ey da brennt übrigens alles hier naja ich weiß klar weil der die ganze Zeit hier pausenlos schießt diese Affe komm was schießt ja mal irgendwo anders gegen eine Affe ah jetzt schießt sie wieder ey 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 ich weiß nicht was mit blocken blocken funktioniert nicht ne das habe ich noch nicht ausprobiert ne 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 c ne 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 ich krieg das auch nicht hin ich krieg das ja überhaupt nicht hin brennt ja hier brennt schon wieder alles ich hab's zurückgeworfen ja ich auch alter wo bin ich denn jetzt ja alter alles klar weißt du was das gibt es überhaupt gar nicht tut mir leid ja läuft hier hat auch irgendwie den ganzen boden weggerissen irgendwie so dass ich da auch das ist das problem mit dem feuerzeug wieder alles machen wir ein neues fahrzeug also das machen wir bitte ein neues fahrzeug und das mit falls wir unsere hier nicht wieder finden also meins habe ich hier ja was soll ich da machen ich bin hier unten noch so ich dachte du bist auch gestorben wo ist denn mein zeug hin rechts das kann ja nicht alles gewesen sein wo ist der rest mein schwert ist ja warte mal warte mal warte mal warte mal das habe ich hier meine rüstung muss eigentlich auch haben ja habe ich hier auch alles warte das muss man ja hin kriegen hier funktioniert kann man hier nicht einfach mal hier ist auch noch ein feuerzeug hast du auch noch meine fackeln hier ist es unsinn zu euch was der hier für ein loch eingerissen hat in den boden naja gut also liebe leute guckt nächste folge noch mal rein vielleicht machen wir es noch mal hier ansonsten gehen wir einfach unseren kurben basteln hier ansonsten gehen wir rein Vielen Dank.